Ja, da sind wir wieder im Studio. Das war die Pressekonferenz von Horst Seehofer. Ein Rückblick auf zehn Jahre als Parteivorsitzender der CSU. Frau Reuschenbach ist immer noch hier im Studio. Die ersten 20 Minuten waren aber bemerkenswert, weil da ging es eher um aktuelle Politik und auch Außenpolitik. Damit hatten wir eigentlich gar nicht gerechnet. Nichtsdestotrotz war es interessant. Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich letztlich auch so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Denn Horst Seehofer bleibt ja Bundesinnenminister. Zumindest haben wir nichts Gegenteiliges gehört. Bisher will das bis 2021 machen. Und da hat der erste Teil der Pressekonferenz sehr schön die Herausforderungen gezeigt, denen er jetzt als Minister auch künftig entgegentreten muss. Er hat ja verschiedene Themenkomplexe benannt. Cybersicherheit, auch die aktuellen Geschehnisse, gerade gestern rund um mögliche terroristische Anschlagsvorbereitungen in Deutschland. Und das ist natürlich auch schon ein bisschen das Indiz für den Spagat, den wir jetzt künftig auch in Berlin erleben werden, dass eben mit Markus Söder dann höchstwahrscheinlich ein anderer CSU-Parteivorsitzender in den Gesprächskreisen und Gremien sitzt und gleichzeitig er als Bundesinnenminister aber diesen gewichtigen Themen begegnen muss. Und man natürlich durchaus mit Spannung beobachtet, wie dann diese Konstellation künftig in Berlin zusammenarbeiten wird. Schauen wir mal auf den zweiten Teil dieser Pressekonferenz. Da ging es dann tatsächlich eher um eine Bilanz der letzten zehn Jahre als Parteichef der CSU. Welchen Eindruck hatten Sie generell von der Pressekonferenz? Also ich glaube, wir haben einen entspannten Horst Seehofer erlebt, der seine Gefühlslage ja doch recht transparent dargelegt hat. In diesem Dreiklang Wehmut über den Abschied nach zehn Jahren, Dank für auch die Möglichkeit, diese Amt oder diese Ämter ja auch insgesamt ausüben zu dürfen. Und aber auch dann den Hinweis auf die Erleichterung, diese Verantwortung jetzt abgeben zu können. Das hat mich doch etwas überrascht, weil wir ja, ich würde sagen, zumindest jetzt in 2018 nicht selten auch den Eindruck hatten, dass Horst Seehofer mit einer gewissen Vehemenz an seinen Ämtern festhält, sodass er jetzt so ein bisschen, ja, ich würde sagen, mit sich im Reinen wirkt. Und trotz allem in vielen Punkten, das würde ich sagen, ist der zweite Teil, im zweiten Teil doch recht deutlich geworden, auch Positionen wieder oder erneut so vertreten würde wie zuvor. Also kritische Selbstreflexion, würde ich sagen, war nur in Teilen erkennbar. Er hat einmal gesagt, dass Stil und Wortwahl im Sommer im Konflikt um die Migrationsfrage nicht in Ordnung waren. Würden Sie sagen, dass wir gerade eben einen anderen Horst Seehofer erlebt haben, als wir ihn sonst in Pressekonferenzen kennen? Also ja, wir haben ja, er hat ja auch einige Statements vorgehalten bekommen, unter anderem das zu den Abschiebungen an seinem Geburtstag. Wir haben ihn schon auch mal, sagen wir mal, etwas krawalliger in Erinnerung. Gleichzeitig ist das natürlich jetzt, und dafür ist er auch politisch erfahren genug, wäre das strategisch höchst unklug, bei einem solchen, ja sagen wir, Abschiedslauf, den er hier gemacht hat heute, jetzt nochmal auf den Tisch zu hauen, sondern in der CSU geht es auch um Ruhe, ein bisschen Weihnachtsfrieden jetzt auch zu erzeugen mit Blick auf den Parteitag im Januar und eben auch eine reibungslose Zusammenarbeit mit Markus Söder. Denn, das ist klar, Horst Seehofer wird Bundesinnenminister sein unter einem Parteivorsitzenden Söder, auch wenn da vielleicht gerade keine alternativen Namen zirkulieren. Aber letztlich hängt es doch davon ab, dass die beiden miteinander zurechtkommen. Und da wird Markus Söder auch seine dann gestärkte Position im Zweifel ja zu nutzen wissen, sodass, glaube ich, jetzt durchaus auch angebracht war, sagen wir, etwas vorsichtiger, gemäßigter durch diese Pressekonferenz zu gehen. Was glauben Sie, wie würde sich dieses Duo Söder und Seehofer auf die Koalition auswirken, die ja schon einiges mitgemacht hat in der kurzen Zeit, in der es sie gibt? Ja, das ist, glaube ich, von uns allen mit Spannung erwartet, weil wir ja auch mit Annegret Kramp-Karrenbauer noch eine neue Protagonistin jetzt am Tisch haben, auf Seiten der Union. Ich glaube, man wird im Interesse, Wählerverluste wurden angesprochen, das Erstarken der AfD etc. Diese Fragen schon versuchen, jetzt vernünftiger, mit mehr Stil und Anstand in der Debatte zusammenzuarbeiten. Aber wir haben auch gehört, beispielsweise von Andrea Nahles, schon kritische Signale in Richtung Markus Söder, im Sinne, man kennt sich und man hat nicht unbedingt immer glücklich miteinander arbeiten können, sodass ich nicht ausschließen würde, dass je nach politischem Themenfeld dann doch auch in der Koalition noch mal stärkere Diskussionen entbrennen könnten. Jetzt gab es in der Pressekonferenz in nicht mal fünf Minuten direkt das erste Merkel-Lob von Horst Seehofer. Kennt man ja nicht unbedingt von ihm, wobei man festhalten muss, es gab schon mal ein Interview in den letzten Wochen, in dem er sie sehr ausdrücklich gelobt hat. Wie würden Sie sagen, ist der ein Verhältnis? Es schien wechselhaft in der letzten Zeit. Hat sich das gebessert oder trügt das? Ja, ich habe von Kollegen von Ihnen in den letzten Tagen gelesen, es sei ein Verhältnis von Ableigung und Bewunderung. Und ich glaube, dieser Zwiespalt, dieser Spagat ist schon sehr schön sichtbar. Man hat vertrauensvoll viele Jahre zusammengearbeitet, auch in Zeiten so eng, dass man wirklich sagen würde, das war eine gemeinsame Richtung. Und man hat sich ja vor allen Dingen auf bestimmten Themenfeldern entzweit. Die Migrationspolitik ist zweifelsohne das, was als erstes genannt werden muss. Und ich glaube, man versucht jetzt, und auch Angela Merkel mit dem Rückzug als Parteivorsitzende der CDU, einen gestalteten Übergang für die Unionsparteien zu gerieren. Denn man weiß natürlich auch um die Verantwortung für die Partei. Und da ist gemeinsames oder gegenseitiges Lob vielleicht jetzt in dieser Übergangszeit doch auch angemessener, als jetzt noch mal kritische Töne anzuschlagen. Denn beide haben natürlich auch die Zukunft der Union im Blick. Und Horst Seehofer hat ja jetzt zumindest in der Pressekonferenz gesagt, Zahlen in Richtung der absoluten Mehrheit sind weiter denkbar. Das ist eine starke Aussage, wenn wir auf die letzten Landtagswahlergebnisse schauen. Und ich glaube, da ist man dann auch Profi genug, mal galant ein Lob einzustreuen und sich versöhnlich zu zeigen im Wissen, ja sagen wir, für das, was ansteht. Julia Reuschenbach, ganz herzlichen Dank für diese Analyse. Sehr gern.